Wenn man Menschen und einem Verein gegenübertritt, wie dem Hamburger SV und in der Bewertung, man meint, man führt Menschen damit vor oder man versucht etwas den Leuten oder dem Verein etwas vorzumachen, um eigene Positionen irgendwie besser darzustellen, dann würde ich das schon als sehr flach bezeichnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017